Da! Schon wieder! Regina Hesse hatte sich nicht getäuscht. Sie war keine ängstliche Frau. Sonst würde sie sich nicht in der Dämmerung allein im Wald aufhalten. Aber jetzt lief ihr doch ein Schauer den Rücken hinab. Mit einer geübten Bewegung drückte sie sich den Gewehrkolben in die Schulter, legte den Schaft auf der Holzbalustrade ab und visierte durch das Zielfernrohr die Stelle an, an der sie die Bewegung wahrgenommen hatte. Regina wusste, dort vorn, in 50 Metern Entfernung, führte ein schmaler, gewundener, dicht eingewachsener Trampelfahrt an der Lichtung vorbei, die sie beobachtete. Es war beschwerlich, diesem Weg durch die schwarzen Berge nahe Hamburg in der Dunkelheit zu folgen. Man musste sich schon sehr gut auskennen, um das zu wagen. Wer also war da um diese Zeit unterwegs? Sie ließ den kreisrunden Ausschnitt der Zieleinrichtung ihres Jagdgewehres von rechts nach links übers Dickicht wandern und wieder zurück. Doch er blieb leer. Regina war sich aber sicher, jemanden oder etwas gesehen zu haben. Konnte das ein Mensch gewesen sein? Die Waldlichtung lag im silbrig-bleichen Schein des zunehmenden Mondes, ein Licht, in dem nichts so aussah wie am Tage und das schnell zu Fehlinterpretationen führen konnte. Und dennoch. Die Gestalt hatte ausgesehen wie die Weiße Frau, jene mystische Geistererscheinung, die immer mal wieder durch die Medien spukte. Regina Hesse entstammte einer alten Adelsfamilie, und gerade in diesen Häusern war der Glaube an die Weiße Frau im 17. Jahrhundert stark verbreitet gewesen. Doch natürlich war das alles totaler Unfug. Niemand glaubte heute noch an Geister. Als bodenständiger, vernunftbegabter Mensch, dessen Leben strukturiert und... Shit! Regina zuckte vom Zielfernrohr zurück. Die Erscheinung war ihr direkt vors Visier gelaufen. Sie hatte das Gesicht deutlich erkennen können, wenn auch nur für den Bruchteil einer Sekunde, bevor der Schock ihre unprofessionelle Reaktion hervorrief. Eine erfahrene Jägerin wie sie gab beim Ansitzen keine Laute von sich, ganz gleich, was ihr vor die Flinte lief. Beinahe zögerlich presste Regina ihr rechtes Auge erneut ans Visier und bereitete sich innerlich auf einen schockierenden Anblick vor. Die Weiße Frau stand noch an derselben Stelle zwischen den beiden jungen Fichten. Ihr Gesicht war eine grauenerregende Fratze, wie Regina noch keine zuvor gesehen hatte. Ihr Puls raste, und sie mußte gegen den Drang ankämpfen, sich auf dem Hochsitz zusammenzukauern, um sich zu verstecken. Denn die Gestalt kam über die lang gestreckte, mit hohem, trockenen Gras und Fichten bestandene Lichtung auf sie zu, taumelte hin und her, strauchelte, ging zu Boden, richtete sich wieder auf. Dabei zuckte ihr Kopf umher wie der eines Raubvogels, und sie fuchtelte mit den Armen in der Luft, als versuche sie, sich irgendwo festzuhalten. Panik zerfleischte ihr Gesicht.